hier schwebt eine blume in der luft hier sind übrigens Bananen, hast du Hunger? hier ist ein Artdorf ich fress alles was ich kriegen kann ein Dorf? was für ein Dorf? hier hängen überall Skelette von Affen? ernsthaft ich bin mit dem Stock und bin überladen das ist ein ganz schwerer Stock ist hier wer? ich bin übrigens glaube ich auch überladen oh hier ist eine Kakao-Kaka-Kakakusmus hier ist es hier ist hier ist es hier ist es hier ist es hier ist es Wir gehen einfach wieder, wir waren nicht so. Meinst du nicht? Ja, du gehst mit. Wir könnten aber mal eben, ne? Ja. Für Wasser sorgen. Nicht umwerfen, ne? Hier ist übrigens ein Feuerbrett. Hast du schon eins? Was ist so? Ach, ein Feuerbrett. Kein Platz mehr im Bruchzack. Was muss ich denn dafür rausschmeißen? Das ist ein Anzünder. Das muss irgendwo bei Feuer sein. Hm, nein. Fragt mich richtig. Wenn ich das nehmen will, zeigt sie mir das bei den Blättern an. Hm, Handbohrer? Na ja, im Zweifel. Ich fange die Rumpenstange raus. Ein Räuchergestell ist gerade bei mir freigeschaltet worden. Schön, ne? So. So, ich packe mal die Schalen wieder ein, ne? Nö, ne, gibt noch eine. Ja, da bist du, glaube ich, gerade drauf. Ich kann sie nicht. Ja, die war von den Einheimischen. Egal. Ich hab den dafür ein paar Stücke da gelassen. Sehr gut. Hier ist übrigens noch eine Kokosnuss. Hast du noch eine? Ich hab noch, ja. Hast du dir da auch so ein, wie heißt das Ding, ein Bidon draus gemacht? Ja, ja, hab ich gemacht. Also du hast, hast du dabei? Ja, ich. Hier ist eine Brücke. Wollen wir mal rüber gehen? Ja, können wir eigentlich, äh... Okay. Mach ich erst mal eben Kokosnuss. Kohlenhydrate und Fett. Sehr gut. So. Wo ist er denn? Er ist so weit weg, ich sehe ihn schon nicht mehr. Cool. Ich bin hier gleich vorne. Oh. Hier. Ich seh dich doch nicht. Ja, da. Wo ist er? Hier. Dort drüben. Gleich klatsche ich mal ein. Da. Gieß du. Da bin ich auch dort. Hören wir doch mal zu? Ja, hättest du ja auch sagen können, im Grün. Unglaublich. Hey, 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 hey. Was? Eins und drüber gehen. Bei deinem Gewicht? Wenn nicht, dass die Brücke einstürzt. Soll ich mal ein bisschen hüppen? Hui, hui. Na hier möchte ich aber nicht runterfallen. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr raus. Nee. Auch keine Umgehungsstraße gebaut worden. Wo sind wir denn hier, die hier sein sollten? Mach mir Angst. Nur mal so eine Frage. Haben wir irgendwas, um uns zu verteidigen? Ja, Ecks und Stöcke. Du hast übrigens eine Wunde am Bein, mein Freund. Ich weiß, es ist ein Wurm. Warte mal einen Moment. Ich habe doch... Hast du Knochen? Sonst gebe ich dir so einen Knochen. Ja. Dann machen Knochen, sammeln. Ja, was muss ich nochmal machen? Sammeln. Also auf den Knochen, den sammeln. Dann kriegst du einen Knochen-Splitter. Mit dem Knochen-Splitter gehst du auf diesen grünen... Also auf den Kreis. Auf die andere Seite. Also ich weiß nicht, wie das Bein gerade drehst oder so. Und ein paar Band drüber. Genau. Perfekt. Und dann müsste das Lupensymbol weg sein, oder? Nein. Vielleicht aber auf der anderen Seite auch nochmal so. Ich laufe hinter ihm her. Das ist viel schlimmer. Brauchst du irgendwas, dann sag es jetzt. Nee, nee. Alles gut. Jetzt ist das Lupensymbol aufweg. Was siehst du? Ja, ja. Das sagt dir immer, dass irgendwas an deinem Körper... Deine grünen Socken sehen aber scharfer aus. Ja, ne? Wir hatten ja die ganze Zeit keine Knochen mehr. Ja. Deswegen ist ja auch die ganze Zeit immer meine ganze Gesundheit auch immer wieder runtergegangen. Hier ist übrigens Bambus. Ja, wir könnten mal versuchen. Du machst vielleicht mal... Machen wir mal... Bambusbogen. Lassen wir mal in Ruhe. Ja. Was hast du da jetzt? Bambus. Ja, werf die mal hin. Und dann nehmen wir mal ein... Bambus Scheid. Den kann ich jetzt aber auch nicht irgendwie... Damit kann ich nichts anderes machen. Den kann ich nur aufheben. Den kann ich nicht sammeln. Sehr komisch. Weil ich hatte gedacht, dass wir vielleicht an einen Bambusbogen kommen oder so. Oh, Niklas. Hier bei mir ist übrigens eine hochgradig giftige Spinne. Die läuft gerade vor mir weg, feige, wie sie ist. Guck mal. Krankes Vieh, oder? Ich nehme die mal mit, ne? Damit ich sie dir gleich... Ja. So, kannst du das hier mal abschaben? Hier diese Pflanze. Ich glaube, das ist Tabak, ne? Jetzt mach mal richtig. Kein Tabak. Bist du sicher? Bei mir steht es übrigens noch. Kein Tabak? Gehst du nicht weg, ich glaube, das ist Bodentextur. Na, dann ist okay. Ist das so? Ja. Ich glaube, dass wir den nie wieder heim finden werden, ne? Doch, 4018. Wo gehen wir denn jetzt lang? Warte, 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 warte. Ich bin so schnell. Shit. Meine Achse ist kaputt. Es fühlt schlimmer. Komm mal hierhin. Hör mal, du Nasenfahrrad. Jetzt mal nicht hier durch den Busch hetzen, ja? Mach doch mal hier die kleinen kaputt. Kleine Blätterhaufen. Kleine Blätterhaufen. Nein, hier die Bambusmenschen. Ja, sagst du es so. Versuch ich ja. Gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Bleib easy. Ich habe einen Bombo-Stock. Ich habe einen Bombo-Stock. Na ja, jetzt hetzt mich mal nicht. Ich würde dir nur sagen, dass ich einen Bombo-Stock habe. Herstellen. Jetzt nehme ich mal ein Seil. Braucht man dafür noch was? Wenn du noch keinen Bogen hast, wobei, wenn du hier einen langen findest, einen langen, wie heißen die, langer Bambus-Stock, dann nimm dir mal ein in die Herstellung mit einem Seil. Dann kriegst du jetzt einen Bambusbogen. Ja, habe ich. Sehr gut. So. Ähm. Hast du Federn? Ja, ja, lass den ruhig mal. Hast du Federn? Nein. Oh, wie nicht. Okay. So, ich stelle jetzt gerade Pfeile her. Mhm. Verquass dafür alle Federn und gib dir jetzt gleich die Hälfte ab, ne? Das zieht sich leider ein ganz kleines Momentchen. Ja, das ist die Zeit. So, ich kann keine mehr aufnehmen. Ich droppe die jetzt, die ich herstelle. Dann machen wir Platz. Übrigens, länger Y, dann ist neu sortiert. Ah, dann fahren wir mit Platz im Rucksack. Ja, ne? Hast du den? Christi, den? Irgendwas. Läuft hier rum. So, ein komisches Schwein-Dings. So, und siehe da, plötzlich kann ich auch wieder. Die machen mir Angst, die Viecher. Ich habe echt viel Federn dabei. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich brauche ja eh einen freien Rucksack, also insofern. So, hergestellt. Du schaust, ich lasse fallen. Pfeil 1, Feld. Das war dann hier doch eben nicht. 2, Feld. 3, Feld. Jetzt hast du 4, ne? Hm, gut. So, sehr gut. Wenn ich bei Zeit mal... Du hast nicht zufällig Steine dabei, ne? Schätze ich mal. So, 4 Stück nur. Könntest du mir einen geben? Dann mache ich mir daraus eine Axt. Danke sehr. Ich versuche das mal mit Bambus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, ja, genau. Herstellen zusammen mit einem Stein. Ne. Also, die Bambus-Rezepte kenne ich noch nicht. Das ist... Es tut mir sehr leid. Steinachst. Weißt du, wenn ich da noch was drum binde, dann... Ja. Hast du eventuell noch einen Stein? Oder waren da zwei Stöcke? Ich weiß es nicht. Zwei Steine, ein normaler Stock und ein Seil macht eine bessere Axt. Hm? Gut. Wo möchtest du denn lang? Oh, gut. Sieht so einladend aus. Irgendwie. Hm? Wir spielen jetzt wie viele Minuten? 30, 35. Also 30 Minuten. Und ich bin auch nicht gestorben durch den Tiger. War mir durch das, genau. Weil es hier gar keine Tiger gibt. Oh, ein Hunger. Dring um. Du läufst hier übrigens an allen S-Bahnen vorbei. Hast du gar keinen Hunger? Hier ist übrigens ein totes Tier. Hier müsstest du auch Knochen noch bekommen. Das ist mir gut. utionaufigkeit. Das ist mir tatsächlich. Br Directory on die Grill. Und dann geht es mir. Ich mach mich einfach mal an. thet. Und na in làn das. As..... Vielen Dank.